Wir können, finde ich, nicht in einem Land leben, das sich immer mehr sozial spaltet, wo auf der einen Seite riesige Vermögen entstehen und aufgehäuft werden und auf der anderen Seite viele Kinder unter Bedingungen aufwachsen, die ihnen eigentlich von vornherein die Chancen auf ein gutes Leben streitig machen. Das ist immer die Schwierigkeit, eine Sache als erstes anzugehen. Ich finde, dass es schon eine Reihe von Forderungen gibt, die ganz dringend sind. Dazu gehört zum einen tatsächlich diesen Niedriglohnsektor auszutrocknen, also Regeln zu schaffen, dass tariflich bezahlte, ordentliche Arbeitsplätze wieder zum Standard werden. Das kann man gesetzlich machen. Der Niedriglohnsektor ist ja auch gesetzlich geschaffen worden. Man muss einfach diese Regeln wieder aufheben, die das alles möglich gemacht haben. Ich finde es genauso dringend, das hängt ja auch damit zusammen, dass die Rentenkürzungen zurückgenommen werden, dass wir etwas tun, damit dieser Mietwoche beendet wird und wir Wohnungen wieder stärker in öffentlicher Hand haben. Und all das dient, und das kann man als Überschrift nehmen, natürlich dem, dass die wachsende Ungleichheit endlich gestoppt und überwunden wird, weil das ist eigentlich das zentrale Anliegen. Und ich finde, das ist in der politischen Debatte viel zu sehr ausgeklammert. Corona hat die Ungleichheit noch mal massiv verschärft. Und wir können, finde ich, nicht in einem Land leben, das sich immer mehr sozial spaltet, wo auf der einen Seite riesige Vermögen entstehen und aufgehäuft werden und auf der anderen Seite viele Kinder unter Bedingungen aufwachsen, die ihnen eigentlich von vornherein die Chancen auf ein gutes Leben streitig machen. Das sind keine Zustände, die man ertragen kann und deswegen muss sich das dringend ändern.